Nachdem so viele gefragt haben, probieren wir heute mal den wohl zurzeit bekanntesten Döner in ganz Berlin. Und zwar den Döner mit Liebe von Zeddy's. Ist er wirklich so lecker, wie alle immer sagen? Wir probieren das Ganze aus. Der Spieß schaut auf jeden Fall schon mal richtig lecker aus. Und ich habe mir wie immer die scharfe Soße bestellt. Und ich muss jetzt schon mal von vornherein sagen, das Brot war richtig, richtig lecker gewesen. Also wer es knusprig mag, ist er auf jeden Fall bei Zeddy's richtig. Da ist er auch schon. Der Döner mit der wohl am meisten Liebe aus ganz Berlin. Also ich muss sagen, der Döner war richtig lecker gewesen. Das Fleisch war gut. Und was es mir am meisten angetan hat, war natürlich das knusprige Brot. Ich habe noch nie so ein lecker knuspriges Brot gegessen. Mit der scharfen Soße, die ungefähr so mittelscharf ist, war der Döner, ich sage es nochmal, sehr, sehr lecker gewesen. Also schaut auf jeden Fall vorbei. Schade, dass der Besitzer nicht da war. Nicht cool, was man aus so einem kleinen Laden machen kann. Und das Beste ist wirklich, dass jeder diese Mütze auf hat.